3, 2, 1, go! Ist Ihnen Friday Night Funkeln auch zu langweilig? Wünschten Sie sich, Sie könnten etwas schweres spielen? Ich wünschte, ich könnte irgendwas schweres spielen. Nun, da habe ich die Lösung für Sie! Darf ich vorstellen? Friday Night Funkeln Mods! Auf einer Website, wo man Stunden zum Downloaden braucht und wo meine Werke als Low-Quality abgestuft werden. Ähm, ja, hi, äh, ich habe viel zu lang für dieses Video gebraucht. Aber jetzt fangen wir endlich an! Kurz vorab noch mal gesagt, dass ich kein Pro in diesem Spiel bin. Okay, lass mal sehen. Womit fangen wir an? Okay, lasst uns doch mit einer Mod anfangen, die alle anderen Mods ins Rollen gebracht hat. Witty! Witty ist irgend so eine Bombe mit einem Hoodie, auf dem wir in einer Seitengasse auftreffen. BF will dann gegen ihn rappen und er will zwar nicht, aber macht trotzdem mit. 3, 2, 1, go! Hm. � gut . Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Später platzt ihm dann der Kragen Und der wird aggro Ich werde jetzt kurz etwas Müll labern, also einfach bis Vorspulen Ich spiele auf New Import, zum einen, weil man bei New Import mehr Noten treffen kann Und weil ich nicht wirklich gut bin Ach ja, und weil Old Import, wo man halt weniger Leben verliert, dafür aber auch weniger Noten trifft Bei den meisten Mods sowieso nicht funktioniert Also wehe, irgendwer macht mich in den Kommen so blöd an, sonst gibt es reine 3, 2, 1, go 2, 2, 1, go 3, 2, 1, go 3, 2, 1, go 4, 1, go 5, 1, go 5, 1, go 5, 1, go 6, 1, go 6, 1, go 6, 1, go Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020